So, dieses ist der zweite Teil. Hat jemand eine größere Speicherkarte für mein... damit das hier... Weil sonst sprengt es das Telefon irgendwann und dann macht es Puff. Wir sprengen das Telefon. Oder so. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Beim Swimmingpool oder? Nein. Ja doch, beim Wetter, glaube ich. Achso, beim schönen Wetter. Aber jetzt wisst ihr gar nicht, wo wir sitzen. Wir sitzen nämlich hier, also laut Hasi im Wald. Ich sage, wir sitzen im Garten eben, weil es hier so viel zum Mampfen gibt, gell? Ja, genau. Also so Grundzeug und so, so selber angebautes. Und heute dürfen wir uns noch einen Salat mitnehmen. Nein, ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich das alles schon mal gesagt habe. Ja, eben. Und dann noch hier, die Deutschlandkette, gell? Ja. Die dürfen ja nicht fehlen momentan. Man möchte sich ja irgendwo einreihen, so ein bisschen, ganz subtil. Auch wenn ich es nicht schaue, aber gut. Aber Samstag muss ich schauen, da komme ich nicht drum rum, das weiß ich jetzt schon, gell? Ja, da hat er mich ja schon vorgewandt, der Mann meines Herzens. Mhm. Mhm. Na ja, das geht schon mal. Ja. Solange es nicht immer ist, hm? Nein. Also jeden Tag brauche ich es nicht. So, Brüsterli. Wir haben ja noch morgens. Ja, 11 Uhr. Ja. Da ist ja schon fast Mittag wieder. Ja. Aber es ist noch nicht Bierzeit. Also wollen wir mal ganz professionell hierbleiben, gell? Ja. Ja, eben. Erste Arbeit, dann das Vergnügen. Eben. Und da muss man ja noch nicht durchhalten. Nein. Nur noch das Erdgeschoss. Und den Keller. Ja, aber im Keller müssen wir nicht so viel machen. Nein. Den steppt man halt schnell durch. Mhm. Da haben wir halt eh gut. Ja, schon okay. Mhm. Ja, ich glaube, dass das jetzt rechts fix da oben geht. Ja. Äh, Feier. Bitte. Danke. Du musst mich doch wieder ansprechen. Das rechte ich eigentlich gerne, oder? Mhm. Also, haben wir noch was zum Verzeihen heute irgendwie? Mei, irgendwie war... Ja, du gehst heute aufs Konzert. Ja, aber das hat mir ja besser. Ja, schluck, 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 schluck. Macht nichts. Ja, und die zwei Ratten holen wir aus dem Keller halt. Die Husky-Raten. Hihi. Also, wenn es es noch gibt, weiß man ja auch nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Und wer von euch kommt jetzt am Sonntag alles? Spricht wieder jeder mit uns? Ja. Ich höre die Stimme in meinem Kopf. Ja, genau. Ich nicht. Naja, da bin ich ja echt gespannt auf Sonntag. Ja, bin ich ja auch gespannt. Ja. Ja, aber umso mehr Leute, umso besser. Ja, ich bin. Also, ich meine, da ist ja hier echt alles... Eintritt ist ja frei. Also, da kann man ja gar nichts verkehrt machen, im Endeffekt. Also, wenn's nicht taugt, kann man immer noch gehen. Aber... Also, im Livestream muss man schon mal drin gewesen sein, gell? Mhm. Ja. Wenn das schon live übertragen wird hier, dann hoffen wir, dass wir ins Boot kommen. Mhm. Hoffen wir, dass wir die Angie finden. Ja, genau. Weil die hat mir ja noch nicht zurückgeschrieben, wegen Sonntag. Ja. Werden wir noch machen. Wenn ihr noch den Besuch habt. Ja, die Kitties. Mhm. Ja. Das ist ganz schön überfordert. Ja. So, ich glaub, das reicht jetzt, weil erster Teil und zweiter Teil, wir geben so fünf Minuten, oder so. Ja, eben. Mhm. Ja, aber wir können ja den Teil nur online stellen. Den anderen lassen wir aus. Oder so, ja. Weil, das ist ja dann alles doppelt gemoppelt, weißt du. Ja, stimmt. Das machen wir auch so. Ja gut, dann in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Die Fahne wackelt. Ciao, ciao. Servus. Peace.